Ich weiß nicht, ob du Questhunter gehört hast. Ich habe auf jeden Fall nicht Questhunter gesagt, oder? Wie viele Schaden haben wir? 1, 2, 6 Schaden, 10 Schaden, 12 Schaden, geht eh nicht. Das heißt aber auch, dass wir den aus Minion legen und festgehen. So, das heißt er wird wahrscheinlich mal Furion jetzt spielen und taunten. Und dann könnten wir Living Mana legen. Aber dann spielen wir den Drake rein. Er spielt Naturalize, das heißt er spielt die Cycleliste. So, vorbei mit dem hier. Wie gut ist denn Questhunter im LHS Format? Der Questhunter ist tatsächlich ziemlich schlecht in jedem Format. Auch in LHS. Der Questhunter ist das einzige Format, wo er eigentlich ganz okay ist, ist in einem Self-Bun Best of Seven Conquest. Oder in jedem anderen Self-Bun Format, wo du den hier wegbunnst. Da kannst du ihn spielen, ist aber jetzt auch kein Vorteil. Wir wollen alle den Questhunter... Ach komm Leute, ich kann doch nicht schon wieder den Questhunter spielen. Ihr zwingt mich doch die schlechtesten Hudson Decks aller Zeiten wieder auszuräumen. Okay. Schauen wir uns mal den Pri... Stichwort, schauen wir uns mal den Priester an. Oder? Oh ne, ich will den Priester gar nicht spielen. Hat jemand hier einen Deckcode von der Priesterliste? Ich spiele noch mal ein, 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 ein Gang mit dem. Bitte mal hier mal kurz die Liste von dem, äh, 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 Priester reinpacken. Das, das wäre... Ihr wollt doch nicht, dass ich schon wieder den Questhunter spiele. Leute, ihr... Ist heute Sonntag oder Samstag? Da ist doch schon wieder ein Fass Alkohol ausgelaufen im Chat. Oh, come on Leute, nee. Ich kann doch nicht schon wieder den Questhunter spielen. Man... Er ist Pessimist, okay. Leute, stop it! Warum spamt ihr jetzt wir? Come on! Questhunter, Riot. Okay, try me, chat. Try me, chat. Freeze, freeze. Ich sag wir. Gott schon. Nee, das geht ja noch zivilisiert dazu. Das passt schon. Und wir dachten, du wärst der beste Hunter-Spieler? Das dachte ich auch, bis ich angefangen habe, Questhunter zu spielen. Jetzt bin ich nur noch top... I don't know. Gut. Was? Nein, nein. Nein, 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 nein. Erstens, plain Dankeschön für die Donation. Zweitens, einfach nein. Ein... Eins Anzahlung für den 24-Stunden-Questhunter-Stream, welchen du heute ankündigen wolltest. Ich wollte die Anzahlung ankündigen. Ja, es wird eine Anzahlung geben. In minus drei Minuten. Halte, ihr habt mir jetzt nicht den Questhunter reingepackt. Ist das euer Ernst? Ich wollte die Priestliste haben und ihr packt mir den Questhunter rein? What the fuck, Leute? Es ist nicht okay. Oh, come on. Es ist einfach nicht okay. Leute, stop it. Ich wollte die Priestliste haben. Ich habe einfach den Deckcode kopiert und es war halt... Wer macht das von euch? Götz, das warst du, oder? Und C... Okay, hier, CW hat's auch gepostet. Götz, schäm dich. Wie kann ich das löschen? Geh weg. So, jetzt. Easy. Okay. Wenn das jetzt wieder ein... Alter, das ist schon wieder ein Hunter. Echt, jetzt ist euer... Ey, das ist nicht euer Ernst. What the fuck? Leute, was stimmt mit euch, ne? Herzschön, dankeschön für den Song. Okay, hat irgendjemand die Priestliste? Bitte. Wenn das jetzt... Okay. Schick's. What the fuck, ey. Wait, warum geht das nicht? Questhunter, alright. Stop it. Achso, da fehlt ein Ist. Ist gleich wahrscheinlich. Du wirst die Priestliste... Ich wollte eigentlich die Priestliste spielen. Das ist doch schon wieder dieselbe, oder? Naja. Der Code geht neu. So, ihr... Chat, wa... Für was hab ich euch eigentlich? Echt jetzt? Okay, ich seh schon. Okay, Chat, ihr habt gewonnen. Chat, ich gebe mich geschlagen. Ihr habt gewonnen. So. Ich weiß jetzt, ob man... Den hätte... noch spielen können, aber... ich glaube eher nicht. Quest erfüllt? Ja, bei ihm auch. Wer denkt sich auch Quest erfüllt? Quest und du lebst? Naja, leben würde ich das nicht nennen. Er macht halt 25 Schaden in einer Runde. Okay. Okay. Wer... Ich hätte Mixture Schof Mixture gebraucht, um zu überleben. Das konnte ich natürlich jetzt nicht wissen. Unsere einzige Möglichkeit ist noch, dass er Mitleid hat mit dem armen Typen, der Questhunter auf Rang 1 spielt und aufgibt. Ich würde es eher Siechen nennen. Ja... Thanks for the BM hier. What the fuck? Warum würde man da jemals UI spielen, anstelle einfach 5 Schaden im Gesicht zu machen? Boah. Na ja, wir sind leider tot. Er hat halt 14 Schaden und wir haben 14 Leben. Wir kriegen sie immerhin noch ins Deck, aber Turn 7, Turn 7, die ins Deck zu kriegen ist einfach viel zu spät. Also bevor er uns jetzt hier auch noch anfängt zu WM'n. Mr. August. Mhm. Mhm. Wie gut kann Mr. August schon sein, wenn wir November haben? Ich glaube das und dann gehen wir in Charge. Reicht das überhaupt? Ich meine, wenn ich den Bohr rauskriege, dann ist das schon das Beste hier. Da liegt ja eh irgendwie... Da liegt ja eh irgendwie... Wie viel Schaden hat er da? Da liegt doch eh 13. Da liegt eh Liesler. Achso, Boah. Ja cool. Kann ich halt noch nicht mehr spielen. Das Ding kostet 4 Mana. Wenn ich das nehme, dann kann ich es noch nicht mehr spielen. Das heißt, ich bin 100% tot. Bad mit Poison. Ja, Bad mit Charge wäre es tatsächlich besser gewesen. Und der Drill sagt nein. Ah, ja komm, why? Ja klar. Ja, er hat schon fast Liesl auf dem Board. Okay, wie retten wir das jetzt noch? Den spielen wir eh immer. Oh Gott, das ist so schwierig bei dem Deck immer. Das Out zu finden, wie du irgendwie noch deine 2% Win hast. Death Dark or Rexha into next turn. Irgendwie Dread Poison Geschichte? Maybe. Selbst das verliert sonst das Spiel. Das Board Flood gewinnt uns aber auch nicht das Spiel. Ich glaube wir müssen das so machen. Ich glaube wir müssen das so spielen. Okay, back to Radiohead it is. Ich glaube wir brauchen halt Poison Thread Scale oder so. Und der so Bäm, 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 Perfekte Hand, Bäm. Ich sehe keinen Wink. Jetzt wird es schwierig, weil er wahrscheinlich auch noch die 2 Dragons auf der Hand hat. Wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt... So, wir stitchen jetzt. Was ist das? Schau. Jetzt überleben wir, weil wir haben eine Taunt-Krabbe. Okay, never mind. Nein. Seht ihr wie schlecht das Deck ist? Das ist halt das Problem mit dem Deck. Das ist als ob du früher Bass Priest gespielt hättest. Hm. So was hätte ich halt eher gebraucht. So was hätte ich einfach eher gebraucht. Weil das halt zusätzlich so viele Karten zieht dann. Okay, 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 okay. Wir haben das, Leute. Ich weiß, read it with the dude. Please welcome the Raptor gang. We did it! Finally! I think that was the eighth time.